Hör! 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 Solche Bilder sieht man leider jedes Jahr zu Silvester. Feuerwerk aus Polen oder Tschechien, gezündet auf offener Straße. Thomas Papproth, Teamleiter für vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz bei der Cottbusser Feuerwehr, kann von solchen illegalen Knallkörpern auch nur abraten. Schon beim Kauf von Feuerwerk sollten Kunden aufmerksam sein. Allgemeine Grundsätze beim Umgang mit Feuerwerkskörpern ist, dass man die zwei Tage vorher im Geschäft käuflich erwärmen kann. Hier sollte man sich sicher die Hinweise von den Herstellern genau durchlesen und auch eventuell mal kurz die Handhabung erklären lassen. Und auch beim Zünden selbst gibt es einiges zu beachten. Im besten Fall stellt man einen leeren Getränkekasten auf den Boden, dann eine Flasche hinein und die Rakete in die Flasche. Nach dem Zünden einen gewissen Sicherheitsabstand einhalten. Falls es zu den Raketen mal keine Verpackung gibt, stehen alle nötigen Prüfsiegel auch auf dem Feuerwerk selbst. Vielleicht können Sie einfach noch mal kurz zeigen, was steht da eigentlich auf so einem Feuerwerkskörper drauf, worauf kann man achten, wenn man auf der richtigen Seite ist. Genau hier im oberen Teil befindet sich die Prüfnummer und im unteren Teil der Rakete befindet sich die CE-Kennzeichnung mit der jeweiligen Prüfnummer dieser Prüfanstalt, die diese Feuerwerkskörper auf Sicherheit geprüft hat. Trotzdem gibt es keinen 100-prozentigen Schutz. Es kann immer etwas passieren. Sollte es dort aller Vorsichtsmaßnahmen zu Verletzungen oder zu einem Branden kommen, gilt es grundsätzlich die Ruhe zu bewahren und dann die Feuerwehr und den Rettungsdienst über den Notruf 112 zu alarmieren und als erstes erste Hilfe leisten und dann die Einsatzkräfte vor Ort einweisen. Das ist ganz wichtig. Und auch ganz wichtiger Hinweis noch mal, in der Silvesternacht bitte nicht die Einsatzkräfte mit Feuerwehr gefährden. Wenn alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten sind, steht dem Zünden nichts mehr im Weg.